Zwei-Rad-Winkle – wir halten Ihr Zwei-Rad fit. Über 20 Jahre Erfahrung bürgen für Qualität und Verlässlichkeit. Der Betrieb bietet den Handel mit Neu- und Gebrauchträdern, Service und Reparatur aller Marken und die Fahrbereitstellung von Fremdrädern an. Eine Kooperation mit dem E-Bike Center E-Bock aus Mürzzuschlag macht das Angebot perfekt. Unter dem Motto «Mehr flitzen, weniger schwitzen» können dadurch auch in Neunkirchen hochqualitative E-Bikes erwarten werden. Zwei-Rad-Winkle und E-Bock – eine gelungene Kombination. Zwei-Rad-Winkle – Ihr kompetenter Partner. Lokalbahnstraße 4, 2620 Neunkirchen.